Es ist ja noch etwas Zeit, bis die Saison wieder losgeht. Bis dahin vertreibt man sich auch bei Hitze die Zeit mit Freundschaftsspielen. Der Verein aus Trostorf, der 1. FC Spich, trifft auf den Verein aus Köln, Deutz 0-5. Heißt auch Aufsteiger in die Landesliga, Spich, gegen einen Mittelrheinligisten. Die ja als Siebter im Mittelfeld vergangene Saison. Die Gastgeber von links nach rechts, direkt mit dem besseren Start und mit viel Luft, hier schön durchgesetzt. Und dann mal ein Versuch aus der Distanz, doch Torhüter Marc-Dennis Heckendorf ist auf dem Posten. Die darauf folgende Ecke und da ist Maurice Bastian. Super getimter Kopfball, perfekt gegen die Laufrichtung vom Torhüter, aber auch genau gegen die Latte. Das ist so etwas wie ein Weckruf für den Favoriten. Niklas auf Krämer und Lukas Krämer auch mit dem Kopf. Schafft es aber nicht, den Ball auf den Kasten von Johannes Franken zu bringen. Der wäre sonst sicherlich drin gewesen. Johannes Franken mit guter 1. Hälfte hat einiges zu halten gehabt. Hielt seinen Kasten aber sauber. Zweiter Durchgang und dann mit mehr Präzision. Arnel Tabakovic, was für ein Name. Aber eine schlechte Saison. Seit 2015 in Deutz, kein Tor vergangenes Jahr. Hier mit souveränem Durchsetzungsvermögen gegen Sydney Klebe. Und dann schiebt er den Ball einfach rein. Und dann die Eingewechselten. Sebastian Bamberg sieht Chris Massamba. Massamba ohne Probleme. Eigentlich hat es Spieler in der zweiten Mannschaft. Einspielen der ersten vergangene Saison gemacht. Das doch mal ein Zeichen, das man vielleicht auf ihn setzen kann. Und Sebastian Bamberg, der Passgeber, luchst hier den Ball Johannes Franken ab und markiert das 3 zu 0. Er ja Neuzugang, aus der Kreisliga A gekommen, vom SV Bergfried Leverkusen. Mit 21 Toren in 29 Spielen. Auf ihn kann man ruhig achten. Die Gastgeber wollen natürlich unbedingt ein Tor. Pass Klebe, der vor dem Fehler gemacht hat. Und Sebastian Hecht, der Oldie, 34 Jahre alt. Selbst schon anderthalb Jahre in Deutz gespielt. Vergangenes Jahr maßgeblich daran beteiligt, den Aufstieg zu schaffen. 28 Spiele, 17 Tore und 26 Assists. Ja, und ein Assist gibt es hier auch unfreiwillig vom Abwehrspieler. Was für ein Patzer. Und Lukas Püttmann, auch Neuzugang. Aus Bergisch Gladbach, aus der Mittelrhein-Liga. Hier lässt sich nicht zweimal bitten. Souverän. Es ist nicht ein Anschlusstreffer geworden und ein Ehrentreffer, sondern zwei. Doch dann ist Schluss. Ein ordentlicher Test geht zu Ende. Ein gerechter Sieg für den Favoriten und ein guter Test für beide Mannschaften bei großer Hitze. So sieht das auch Spichtrainer Stefan Bung. Ja, die erste Halbzeit muss man erstmal ganz klar sagen, dass wir eine ganz gute Partie gemacht haben gegen den Mittelrhein-Ligisten. Dazu muss ich auch noch sagen, dass wir sehr viele Urlauber oder Verletzter haben. Spielen meine Jungs, die heute wieder von Anfang an spielen, das dritte Spiel durch. Die haben die Aufgaben bekommen, zum Beispiel das Mittelfeld kompakt zu lassen, den Gegner erstmal kommen zu lassen, sodass wir das Mittelfeldpressing verschärfen können. Das haben die sehr gut gemacht in der ersten Halbzeit. Die ein oder andere Torschung zeigt mir natürlich auch. Wir haben wenig zugelassen. In der Halbzeit 0-0 war ich schon mit zufrieden. Danach war mir klar, dass in der zweiten Halbzeit das Spiel für Deutz eigentlich in der Richtung läuft, weil einfach bei uns der Kräfteverschleiß zu groß ist momentan, sodass ich wie zum Beispiel jetzt Deutz mehrmals wechseln konnte, konnte ich jetzt nicht mit meinen Jungs. Ich habe zwei, drei Mann bisher auf der Bank, der Rest ist verletzt, wie ich vorhin schon gesagt habe, oder im Urlaub. Tja, Urlaub, wenn man das so nennen kann, die harte Vorbereitungszeit, hat Spich noch bis zum 25. August. Dann geht es zu Hause gegen Viktoria Köln 2. Am selben Tag beginnt auch für Deutz die Saison, auch zu Hause gegen den FC Pesch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.